...viel und acht Münzener. Keine Ahnung, wie viel das jetzt war. Hab ich nicht gesehen, sorry. Ja, ich will das fast zur Trümmel. Oh mein Gott, noch ein Goomba. Die sind ja so stark. Ich finde ja, Goomba ist so stark, dass sollte direkt ein Super Smash Bros. Brawl auch vorkommen. Als spielbarer Charakter. Tod. Wow, schon Level ab. Machen wir es jetzt Level 2. Was bringt da Bart? Ist egal, machen wir mal einen Bonus mit Bart, weil da am wenigsten ist. Und machen nur eins Bonus. Okay. Warte. Warte. Du bist so fix. Den holt man echt nicht an. Da müssen wir doch die Einreise vorbereiten. Ja, riecht nicht so lang. Bitte, Mario und Grünkäppchen. Helft mir doch mal. Bitte. Nehmt, erkläre ich euch, was ihr wissen solltet, wenn ihr einen Kampf beginnt. Und das weiß ich doch schon. Schnappt euch die Kerle, wenn ihr auf sie springt, beginnt der Kampf. Bob. Genau, wenn du vor dem Kampf auf sie springst, dann sind wir im Hans-Roschroff von Anfang an Schrauben geschwächt. Na, ist das ein properer Info? Ich kenne nur, ich kenne kein properer Info. Ich weiß das schon aus Paper Mario. Aber pass auf, wenn du beim springen deinen Hintermann erwischst, dann kann er sich nicht bewegen, bis er es selbst am Zug ist. Das war ja leicht. Ja, ja, ja. Ja, Luigi ist auch level up. Na, da, 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 da. Bonus. Mann. Ich bin nicht gut bei Slot-Maschinen. Okay. Da hast du. Oh, danke. Hey, ich bin doch auf ihn draufgesprungen. Das gibt's doch nicht. Ja, okay. Das war jetzt unfair. Ja, komm. Spinn schnell. Ja, puh, danke, ja, ja, ja. Das war's. Ja, danke. Hey, bekommen wir vielleicht auch was? Danke. Ja, Arschloch. Ich dachte, ich bekomme was dafür. Hey, im Restverstand ist auch in Bodenland viele Mario Fans geht. Ja, cool. Dann speichern wir ihn mal wieder. Cooperchat, Lagerraum 2. Weih. Speicherraum. Zum Speicherraum bitte kräftig springen. Kräftig. Wow. Okay, was sagst du uns? Sprung hier in den Stattung. Mit dem Kran können wir die Ladung wegräumen. Welche Ladung? Oh, die Ladung. Was? Wer stellt hier ausgefügt? Hier, Ladung in den Gang. Sollen wir jetzt aufs Ohrdeck gekommen? Okay. Natürlich wird Luigi gefasst. Oh, der Kran hat statt der Ladung das Grünkäppchen erwischt. Na, da kann er sich ja gleich im Mausgub knitzlig machen. Hallol. Eure Ranzigkeit. In Kürze überfliegen wir die Grenze des Pilzkönigreichs zum Königreichbohnenland. Verschömmenland. Verschömmen, abtreten. Hä? Ist das genau los? Oh! Du, was ist das? Hey, die hat doch ein ganzes Pitch-Still-Girl. Um es mit mir, Luke Miller, aufzunehmen, fehlen dir mindestens 100 Millionen Jahre Übung. Du bist die Trinidadin, der plötzlich die Stimme nicht vorhat. Bin mein zweiter Blödsinn. Genau. Ich muss jetzt in Puntland neue Schandkarten vorbereiten. Deshalb habe ich keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Ich bin Kranfried, der Lieblingsschüler von Luke Miller. Ihr habt wohl zu viel Zeit, dass ihr wegen der Stimme immer so einen Aufstand anmacht. Dabei kommt, ob es doch noch viel besser ist, ja. Aber ihr seid in diesem Spiel nicht vorgesehen, ehem. Oh, der Pause hat fertig gemacht. Hey, hey, Pause. Oh, wo ist er? Ah, okay. Und jetzt zu euch. Okay. So. Wenn die Schrift grün ist, greift der Luigi an, wenn die Schrift rote ist, Mario, denke ich mal. Ja, es ist so, das weiß ich noch von früher. Aber was hat er da am Kopf? Was ist das? Jetpack? Egal. Ja, ich weiß es schon. Deswegen habe ich jetzt gehört. Da. Ja, toll. Hätte ich bloß auf Bowser gehört. Mist. Eigentlich. Na, warte. Hey. Das war unfair. Na, warte. Okay. Ich glaube, ich habe den Trick raus. Hoppla. So, jetzt treten wir mal auf deine Glatze. Attacke. Shit, zu viel gesprungen. Okay. Sollst du jetzt noch rausrichten, wo du denn krankes Jetpack krankst. Man, nicht schon. Luigi. Hat er da rum eine Schmalzlocke oder so? Will halt auch cool sein. Das gibt es doch nicht. Hoppla. Ich hatte mir schon gedacht, dass sowas bei Fuß. Ja, und jetzt kommt ein neues. Ja, klar. Oh, seine Glatze wird angesungen. Geh. Genug Gerede. Es geht doch auch einfach. Feuer frei. Oh, shit. Blöder Krankfried. Weißt du, ist nicht mal der Hauptböse. Das gibt es doch nicht. Er ist nur ein gewöhnlicher Handlanger und macht fausend das Schiff kaputt. Sergeant, eine Explosion. Soforte überprüfen. General, Suspekte, Objekte entdecken. Schnell, zur Absturzstelle. Alarm, Alarm. An der bonnländischen Grenze. Oh, Mario steckt. Tief in der Scheiße. Leinbohnen nehmen. Ich werde zugehend verstehen, was die da reden. Naja, wir speichern und weiter geht's beim nächsten Mal. Ich werde zugehend sehen. Michael. Dez. Vielen Dank.